hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von traugen ja das heißt also verräter was er draufstehen ich eben morgens oder so und ja er hat also hier die gegend verraten oder da oben die haben sie vielleicht verraten die familie ist wegen dem bergwerk und glück vielleicht wie die krass zugedeckt hätte ich auch ein bisschen so aus was sie müssen aus was diese bildchen sind das ist ja als ob hier schon länger keine mehr gewesen war eigentlich und ja da schauen wir irgendwie der ort irgendwie dann wirklich deswegen verlassen ist sie noch was zu sagen ich habe thought someone would have seen us by now even from up in the mountains maybe there was a spell or curse that made them all invisible honestly lissy or maybe we are the invisible ones but then we would see them wouldn't we no i think my original thesis is more likely the villagers turning invisible is the more likely thesis do try to keep an open mind edward darling the weather is favorable today i did a little dance last night appeasing the weather gods thor in particular was mightily impressed was he promised to back off with the thunder and lightning for a spell and don't you know he proposed to me but i told him i'm not into gods i prefer jazz it's not how was it so right peaceful if no one was around i'd strip naked the earth would delight in my bare feet the wind would savor playing with my hair is that so i don't know i just like being naked but not when you're around teddy bear he's also get a knocker when he's really what are you up to delighting in the little things they're like dew my heart is the morning and it's refreshed by their presence where do these strange thoughts come from oh you're a funny egg old bean what are you doing looking for a white rabbit in a waistcoat have you seen him a white we'll follow him down the hole teddy or maybe we already did alice in wonderland i see so wonderfully apt ach ellis in wonderland und recht zum hutmacher machen teeparty have you seen anyone not a single soul alive or dead have you seen anyone not a single soul alive or dead na gut das müssen also mal vorgehen hat sie gesagt da rutsche ich nicht mehr runter da rutsche ich nicht mehr runter da rutsche ich nicht mehr runter da gehen wir hier lang da wieder ein blöck da wieder ein blöck ach zeichnen zeichnen mir mal mal bestimmt jetzt die wassermühle mit dem fluss was man im prinzip auch als gemälde gesehen hat in dem haus zweimal ganz ungefähr die position von hier aus sogar schwarze ich nicht schlecht hast du von der stimmung alles schon schön gemacht die musik dazu so melancholisch hast du irgendwie die blümchen jetzt gerade jetzt im vordergrund die lichtströmung also wird jetzt nicht fertig sein so sondern ich muss jetzt wahrscheinlich daraus drücken dass der aufhört dann soll das wahrscheinlich endlos gehen endlosschleife ja hat glaube ich die wassermühle gemalt was ist der brief lissi ich habe gemalt lissi ich habe aber noch eine Handstelle da hinten erst mal hier haben wir diese steine sind ich kann auch zeichnen da kommen wir zeichnen wir hier auch noch die steine diese steinformation mit der ziege die wir uns beobachtet oder mit zeichnen ich glaube wir zeichnen die ziege das ist gleich sein Motiv die ziege sie steht auch gut Modell die ziege muss man schon sagen ich würde jetzt sagen Fotogenerroh sie hatten jetzt nicht man fotografiert ja nicht mit der klippige Fehlerruhe ne wo das fahrende ist vorne ich habe gleich neue zeichnen mit dem talkerbuch vielleicht gleich neue zeichnen mit dem talkerbuch ja die ziege das ist schlecht die zeichnen oder die skitzer hallo ziege ich gehe nochmal zurück zum Haus weil hier ist da auch noch etwas wo man langlaufen kann wo er vielleicht dann zeichnet ich bin hier wie gesagt runtergelaufen als ich hier zu Lissi bin deswegen wie gesagt auch irgendwas schließlich kommen wir garantiert noch später hier rein in die Scheune können nicht wetten dass wir noch in die Scheune reinkommen und hinten ist wie es heißt das Plumsklo ich weiß nicht wenn wir vielleicht später dann nach hinten aus dem Haus reingehen können und da halt rauskommen fällt dann nachher hier eine Kornspeuche rein das schönste da kommen wir dann wahrscheinlich auch später hin und das Gebäude hier wenn wir dann hier weiter gehen können wahrscheinlich in Richtung Kirche ich schätze mal vielleicht dass vielleicht sogar die Kirche dann irgendwo der Endpunkt vielleicht im Spiel ist denk ich mal dann vielleicht noch in den Keller können würde ich mir vorstellen dass wir noch reinkommen und vielleicht dann durch die Luke in den Keller kommen na ich kann auch zeichnen weil das bestimmt nicht nur die Berge oder vielleicht den Kornspeicher mach ich da irgendwann den Kornspeicher weil das so ein Fokus ist jetzt gerade mit den Bergen im Hintergrund glaub ich wollen wir es sehen ja, der Kunstspeicher der Kunstspeicher mit der Birke im Vordergrund da hinten die Berge da hat er Fjord die Kirche so, jetzt gehen wir mal zum Laden jetzt gehen wir mal hier einen Anstand da hinten können wir ja hier hinsetzen die ist aber ein Milchkrug Milchkörner war jetzt schon irgendwie sehr verlassen aus dieser Gegend ach je, das ist ja wie ungeschmissen, wo hier das Stroh drin ist hört er mir ein bisschen seltsam hier auch irgendwas ist hervorgefallen, was nicht ein frech Ding ist für traitors cool wanna jump the gate and explore what's on the other side what do you say old sport stop really they lead to the old mine and no I've had enough adventure on this side of the fence besides, they wrote no trespassing for a reason you're such a terrible boar, teddy bear I'll wager a thousand clams you'll jump this gate at some point if you believe Betty's on the other side Frederick Fretland who are these traitors, who he refers to? na, speichert er ich seh mal, wo ging's schon mal durch, die schienen durch ich seh mal, es ist halt schon älter hier, wo das war ich seh mal, hier durch und dann hier ich seh mal, es ist schon halt zugewachsen a tutti da erzählts emphas du so ernste ich steh mal da ich seh erstmal du hast ja dicht die denn auch noch ne zeichnung, w셨어요? ich dix das segregation bei denen ein grey man ein öHO wenn jaco ируh Mit dem Wasserfall dahinten. Vielleicht auch mit der Kirche im Hintergrund. Ach links sehe ich es, da ist auch hier ohne Wasserfall runter. Let's shot. So, gucken wir mal, da ist auch gezeichnet der gute Edward. Die Hütte hat auch gezeichnet. Ach so, der hat hier die Perspektive gehabt. Ah. Sie steht aber noch da oben. Ich sehe es dabei wie auch die Laufen großartig aus den Szenen selbst, sag ich mal. Sonst steht er hier immer noch da. Wahrscheinlich zu viel zu animieren, dass die hier wirklich mal durch die Gegend läuft wahrscheinlich. Hier gibt's hier ein Waschgeschirr. Ein Schiemel und ein Hocker wie immer. Was ist das? Remnants der Mining-Operation. Was, Mining? Erinnerst du, ich habe dir vorhin gesagt. Hier gab es eine Mining, aber es hat 20 Jahre vorgelegt. Ich weiß, Edward. Ich habe nur ein Gefühl von Humor zu checken. Es ist noch nicht irgendwo zu finden. Hast du jemanden gesehen? Nicht nur eine Säule. Alive oder tot. Ich verstehe, warum sie einfach hier einfach verlassenen. Wie ist das hier? Wie ein Altar für Adversität. Das ist schrecklich. Rustig Superstition. Vielleicht hat sie gedacht, dass es schlecht schrecklich ist, wenn sie verletzt es verletzt. Was haben sie für das? Das ist das für die Oren. Das ist die Oren. Die Oren. Das ist die Oren. Das ist die Oren. Das ist die Oren. Oder einfach so, wie ein Oren. Das ist das? Ich bin ... Ja, okay, Edward. Ich bin ... Ich bin ... Wie war es denn, wenn ... Die Oren. Jahr hat die Oren. Die Oren. Ja. Ich bin ... Arne Fretlin. See, this is what work in a regular job. Did you say Fretlin? The younger brother who was mentioned in the article. He was just 19. How long have you been working in the mine? That's too young for a dirty job like digging into rock. We're in the real world, Lissy. Most teeners don't have the luxury to idle away their days with games and witty repartee. Ouch. Tja, mightn't miss auch arbeiten. The newspaper said the accident forced the mine to shut down. What does any of this have to do with us? I still don't know why Elizabeth came here. And you think it has something to do with this mine? Or with what it did to the village. Maybe. That's why I'm still in the boat. Der Baum sieht irgendwie verbrannt aus Der Baum sieht irgendwie ein bisschen vergoogelt aus hier Wo ist eigentlich die Tür eigentlich in das Haus hier? Gibt keine Zumindest sehe ich keine Wie das ist, der von dort aus reinkämen, aber kommt mehr nicht hin A boat! Teddy! A hot dog! This is our ticket out of here! Not without Betty Besides, the woods rotted through This boat isn't seaworthy It's curious The state of the boats It's like they stopped taking care of them Seem short-sighted How would they fish? Or get anywhere at all Ah, ich finde das ja irgendwie Die wahrscheinlich dann gestorben sind die Leute Ich hab das Gefühl Ich hab das Gefühl, die Leute sind irgendwie wahrscheinlich dann Doch gestorben Das wirft ihr eigentlich Das wirft ihr eigentlich Hast du gesehen Anyone? Not a single soul Alive or dead Ach, nochmal zeichnen Das wird wahrscheinlich in der Hafen gezeichnet Ich hab das Gefühl, wie gesagt Wie gesagt, diese drei Häuschen da zeigt Da jetzt Auf dem Wasser fällt mir noch kurz nach rechts Hier der Fluss mit der Brücke Ja, vielleicht ein anderer mit Lissi Die drei steinchen schwarz Oh, wir wollen das sehen Sogut die Edward gezeichnet hat Er hat die Anleger gestellt worden in die Hose Aber ein Haus hat er ausgelassen Im Prinzip Das hinterher Haus hat er gar nicht gezeichnet So, hier Fredland Sind, haben sie weggemacht Meine Company 1897 Was hinterher? Haben sie wie gesagt So, weggemacht Weggestrichen Wie viel hinten geht's noch weiter, oder? Ich weiß nicht, wir kommen vielleicht später Vielleicht der wie hier hoch Weil's hier nach dem Weg ist Der da hoch geht, ne? Der ist wahrscheinlich noch nicht Freigestellt quasi Wahrscheinlich aus der sich sagt Oh, hinten ist hier noch ein Bieg Da könnte man ja weiter gehen Aber ich kann mir gut vorstellen Dass es denn so ist Der ist kein Wunsch auf der Rope Ich weiß nicht was das heißt Niemand hat es Ich glaube, ein Knot könnte auf sich selbst Unabhängen Didn't du sagen, du hast eine Sailor's Knot Ich bin ein Scholar Ich bin ein Scholar nicht ein Fischerer So, wer unsere Bote A Ghost? Wenn du nicht ein Ghost Dann... ...ein Böde? A Böde? A Böde? Wie? Böde? Ich glaube, die Tide Aufwand hat unsere Bote Ich weiß nicht, dass du so Aber dann Was hast du hinterher Niemand سے geliehen? Was hast du gesehen? Have you seen anyone? Not a single soul. Alive or dead. Not a single soul. Forage. People have survived here for centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. I could learn. I'd start with goats. Goats can be eaten and milked. Probably not in that order. They had a memorial service for the act. The ferry route is no longer operating. Rats! Mrs. Fratland already informed me in her letter. I know. Still warrants the resounding rats. I wonder why it stopped running. Look around. How many people live here? Twenty? Thirty? That can't be enough for a ferry route. Things got quieter after the mine closed down. They need to move on and find something else to put that village on the map. A tobacco farming, maybe. The ferry would have made the trip here much easier. And you wouldn't have had to pay that farmer a fortune to rent his boat. I had no choice. We should keep his boat. If it comes back. Bring it with us to Hanover. Do what with it exactly? I don't know. Grow parsley in it? Use it in the... in the pond? Forget it. Stupid idea. They must have been so isolated. With no easy way in or out. Aren't there boats? If they're like the boats along the beach, they wouldn't get far. You saw how much work it was to cross the fjord. And if the weather's bad... It can't be healthy. Being so isolated. Cooped up inside. Reading the collected works. Yeah. All right. I get it. This village is basically YouTube. I said all right. The telegraph is out of order. Well, there goes my plan. N-O-S-O-S. This was two years ago, but the notice is still up. How can it take two years to get something like that fixed? If they couldn't afford it? Or couldn't get anyone to come fix it? Well, this place really is off the map. Here be dragons. Or dragons, I guess. Well, let's have heard of the word. There's a dragon or a dragon. Yeah, so where the dragon is in. They had a memorial service for the accident in the mine. On July 24th, in the village church. For something that happened 20 years ago? It's still affected their lives. And there's a while. Okay. Okay. Here we go. I can't wait for people to get mad here. Let's see what's on. Das war Telegraphen, Schutzen auch kaputt, nicht repariert. Irgendwas ist ja gewesen, dass alles verlassen ist. Simon. Das war der Name in der Burnt Buch. Also Simon ist Ruth's older cousin. Der älter Herr ist sicherlich Mr. Fretland's twin-brother. Twins sind verwirklich. Wenn dies ein Dime-Novel wäre, würde sie auf einen Ort verwenden. Verdammt ihr, Twins! Friedrich, Fretland und Son. Johanns brother und nephew. Die Fretlands haben ihre Fingers in all die Pies, inklugend die einzige Karte in der Stadt. Auch die Postoffice und Telegraphen. Oder vielleicht etwas, das uns zu Betty führt. Oder zumindest zu einigen Sardinen. Wir müssen dich getrunken, Old Bean. Ach, was ist das? Warum locken keine Türen? Ich kann nicht erinnern, dass sie ein Problem haben, mit Trunkern und Hütlingen. Das Signum sagt, sie sind kaputt. Aber ich dachte, vielleicht... Hallo? Sind Sie öfter? Ist er hier? Kannst du einfach nur die Tür durchbauen? Kannst du einfach durchbauen? Die Locker sind durchbauen? Bauen Sie sich nicht. Ich werde nicht. Ich werde nur meine Schulter schlagen. Ich werde nur die Schulter schlagen. Ich glaube, ich will mir etwas sagen, oder? Der Hut. Lissi. Komm her. Es ist Bettys Hatt. Sie war hier. Sie könnte immer da sein. Betty? Betty! Äh... Sind Sie sicher, Edward? Ich meine, es ist nur ein Hatt. Ist es sogar ein Hatt? Ich bin nicht sicher, dass ich... Ich weiß, dass ich... Meine Schwester Hatt, Lissi. Ich muss nach hinten kommen. Was über das Bremsen- und Entspannungs-Parte? Ich könnte weniger interessieren, was sie nennen. Jetzt ist es auf einmal egal. Jetzt auf einmal ist es ihm egal. Jetzt auf einmal ist es ihm egal. Tja, Lissi. Machen wir uns doch hier rein. Was tritt doch davor, oder was? Nein. Das muss wahrscheinlich das für uns sein, oder wir gehen hier über die Lader wahrscheinlich. Nein. Dann haben wir noch zwei Fenster. Man sieht auch schon, dass das offen ist. Hier ist ein örtes Fenster. Sie sind sicher, dass das Gesetz verbreitet. Ich verreiche. Es... 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 A cat burglar würde, by definition, enter a building on a higher floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward. I hope you weren't here when... Is this... Blood? Not necessarily human blood. Well, that's alright then. What does it say? Barn murder? Someone murdered a barn? Das geschieht aber in den Laden aber auch nicht mehr. Das geschieht aber auch nicht, dass die Leute schon lange weg sind, ja. Das hat nachher uns mit 66. Eingepunkt noch. Ja, es ist ja gewesen, dass die Leute hier längst tot sind wahrscheinlich. Abgehauen sind. Wenn ich den Zettel kriege ich nicht anguckt, da unten. Bingo, das ist ja im Bier an der Plurrette. Von dem Grubenglück war schon halb kaputt gemacht, das Bild. Barn means child. And mortar, that's... Child murder. That's not all. Edward. They murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. I'm not sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? Damnation. The hat's in here. Calm down, old boy. Anyway, how's the hat going to help us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right, okay. Everything's Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. Oh, sicherlich einfach die man hier durchgehen, denk ich mal. What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. That's what you notice. There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? It's from Simon. Yai put it means I put. Knuckle is key. He has a cash in the closet. Kassa. I don't know what that word means. He put the key in the casa? Kassa. I wish I had my Dictionary. Kassa, I don't know what that was said. Kassa, I don't know what that was said. So the key was moved. But where to? Somewhere safer. Or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading. And I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on. How much could you possibly pick up in a few months? You know my mind. It's a sponge. It's strange. It's like a swam is trocknend out. Okay, for the sake of the end, it was the end of the episode. Let's do it with a review or a abo. See you also in other videos. Bis dann. In the next episode. We will then den Laden weiterhinterkunden. Also macht's gut. Bis dann. Und Tschüss.